so nahtlos war der übergang leider nicht weil ich habe die maus bewegt na spaß so auto ist weg nächster auftrag da haben wir nur eine schlüpfrige lenkung nehmen wir gleich mal an das kennen wir ja schon den stimme auf die hebebühne und holen uns gleich im zweiten auftrag rein schauen wir mal wie schnell über die erledigen kennen schon wieder so einer linke heber nächster auftrag auftrag annehmen bis jetzt ganz und ganz nette spiel so viel zwischendurch finde das ganz okay die grafik ist ganz gut gelungen finde es ja ja den umständen entsprechend realistisch so was haben wir jetzt bei dem zu machen kommt schlüpfrige lenkung stabilisator koppelstange hinten lenkung ist hinten blät deswegen der hinten geht er nicht deswegen ist die lenkung blät formatier mal hoch was hast du zum tor pochendes geräusch von motor anlasser ok da werden wir vorne eine kennen so wissen der anlasser absorgstutzen der anlasser der musste irgendwo in der lübe der lichtmaschine glaube ich sei oder getriebe da ist er ja schon wieder zwei aufträge waffen werkstatt boomt dann schauen wir mal mal den anlasser reparieren kennen oder haben wir dann leichen kaufen müssen namens man leichen kaufen wahrscheinlich dann kümmern wir mal den da der hat hinten irgendwas gehabt radnarbe stabilisatoren stange hinten ok da muss man erst wieder den reifen runter nehmen die haben alle hässliche fähigen hässer wahnsinn kommen wir jetzt hin wo ist er denn schon wieder ja jetzt können wir runter machen weg damit wo der eigentlich noch gut gewesen war hat denn ich glaube nicht demontieren brauchen shit wurscht das ist der defekte genau wo ist unser hobby werk statt drüben können wir den vielleicht reparieren auch nicht gut schauen wir mal was wir für einen auftrag eingekriegt haben ersatzteile des steuersystems und routine überprüfung und reparatur des fahrwerks oder den haben wir sie gleich einmal einer zack so jetzt brauchen wir motor wir was war das noch einmal beim mutter das klopfende geräusch beim anlass aber das genau ab anlasser anwenden so und dann braucht man für das fahrwerk noch ein stabile hinterher stabilisatoren ist auch das war stabilisatoren stange hinten k fahrwerk ist stabilisatoren stabilisatoren stange hinten Da haben wir es ja eh schon, so, dann bauen wir da einmal die Stabilisator ein, Fahrwerk, Zusammenbaumodus, zurück, einmal, so, da haben wir den zweiten. Zusammenbaumodus und den zweiten einbauen, so, jetzt kommen die Reifen drauf, schön festziehen. So, andere Reifen. So, Wagen fertig. Wo? Wo? Na? Na? Wo ist es denn jetzt los? ei 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 fehler böse fehler die kolbenstange auch noch kaufen sind da wurscht wir reparieren zuerst den da da ich bin doch noch kein so ganz guter mechaniker so ein motor habe zu und abschließen was für eine war jetzt die defektere kolbenstange zack das ist die dort auch gut dann demontieren wir zuerst den schrauben den reifen das ding auch noch mal demontiert können wir dann an zwei aufträge einnehmen annehmen so was können wir denn da machen zu wenig motorkraft liegt wahrscheinlich am auto wurscht so jetzt brauchen wir wieder diese kupplung stings die bums die bums die anbänden und raus das so du kommst gleich mal auf die rechte ebene bühne ne die britte nicht jetzt aber warum 5 murdern vier hat nachgereicht runter von der hebebühne und weg mit dir führte aber für den jetzt nicht geben wahnsinn so haben wir der platz im auto für autos rotine überprüfung na interessieren wir uns einmal dafür was konnten so eine rotine überprüfung sein kann ich wahrscheinlich noch gar nicht ich hab noch gar keine überprüfungsgeräte so oh fehlerhafte teile gefunden hintere feder hintere querlenker vordere feder vordere feder aber hinten ok dann auf die hebebühne mit dir so und den manuern dann haben wir die werkstatt voll zu was jetzt damit kriegt habe im tutorial werden die fehlerhaften teile sozusagen noch recht gut angezeigt was heute noch nicht mehr der fall sein dürfte aber schauen wir mal dass wir durchs tutorial durchkommen so vordere federn auf beiden seiten dann werden wir mal beide beide reifen von oben nehmen so was brauche ich dass ich dazu bekomme das gehört weg was ist das so was stört noch oben gehört er noch gelockert gehen wir zuerst auf die andere seite da haben wir den zweiten reifen runter da haben wir den zweiten reifen runter ja so viel platz habe ich noch nicht in meiner werkstatt müsst euch gedulden meine herrschaften da leitet das telefon das ist ja wahnsinn so was ist das stabilisator koppelstange vorne gut so so jetzt müssen wir wieder runter von der auf bei der hebebühne so so aber da kommen wir natürlich nur von oben hin von der radseite per wagenheber erreicht werden aha geh weg da mal du blödes ölfass so 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 und wie soll ich das jetzt erreichen da okay 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 uh nah geh auf dass So, andere Seite. So, die zweite Federica. Jetzt verkaufen wir das, zeigt er, dass wir eh nicht mehr brauchen. Kaputte Klump hat er. So, wir brauchen jetzt zweimal Feder vorne. Was haben wir da gesagt? Zweimal Feder vorne, einmal hintere Feder und einmal hintere Querlenker. So, und jetzt wird man herausfinden, welche hintere Feder. Die schaut noch ganz gut aus. Zustand unbekannt. Und das da da. Nein. Geht's mir da zur Hinterachse hin und querlegst. Hinter der Stoßdämpfer, hinter der Feder. Und was war das zweite? Was? Hinter der Feder und hinter der Querlenker. Wo sind die Querlenker schon wieder? Ah, ok. Na gut. Also einmal den Reifen da runter. Da. 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 So. Die Federhaube noch runter und der Querlenker runter. Schraube 1, Schraube 2. So. Können wir irgendwas davon reparieren? Glaube ich nicht. Aber probieren dann wir es trotzdem. Oh, den Querlenker konnte man sogar reparieren. Du hast da. Oh, guck mal. Na ja, wurscht. Na ja, wurscht. Du, schlechter worden. So. Wir brauchen Fahrwerk. 2x Feder, einmal Feder hinten. Und 2x Feder vorne. und einmal querlenker hinten hinterer querlenker wahrscheinlich hinterer querlenker muss der sein wirklich der richtige ist nein ihr habt den falschen kraft hinterer querlenker jetzt haben wir den richtigen dann bauen wir die hinten wieder zusammen ob marsch sagt zusammenbau modus haben wir bald die spurstange vergessen der erste ist dran so der zweite ist amontiert und jetzt nur den reifen drauf bei jungen autoren reifen vergessen ich glaube ja doch nicht kann ja nicht sein oder kann ja nicht sein dass ich ein auto rausgegeben habe ohne reifen auf der anderen hebebühne habe ich den reifen runter genommen auch so vorne fertig zuerst der querlenker drauf man schaut aber da drübere querlenker der innere obere querlenker denke mir ist der schaut aber auch nicht mehr so gut aus naja die federhaube die stoßdämpfer abdeckung die stoßdämpfer abdeckung naja die stoßdämpfer abdeckung das bett dem der andere ja klar ist eh logisch den querlenker kommen natürlich so nicht hin naja die stoßdämpfer abdeckung naja ja wurscht ich kann ja den querlenker von da eigentlich aufgefahren oder probieren wir es einfach einmal glaube ich habe das war eh der den was ich umsonst gekauft habe hihihihi so querlenker raus und den anderen querlenker rein gut dass wir den umsonst gekauft haben jetzt haben wir nämlich zu viel einbaut natürlich ein fettes minus in die tauschen gewirtschaftet ich nenne mal den reifen aber nicht mehr müssen dafür so eine sauerei so du gehst einmal die klinke geh hä warum stellen da noch einer sollte das ja schon lang fertig sein oder ja das auto ist unvollständig wie sowas passt nicht was habe ich vergessen was habe ich vergessen was hat denn der gehabt federn vorne hinten und querlenker und hinterher feder haben wir eingegeben die muffen haben wir nicht wieder eingebaut auf und anscheinend verändern und dann er der Bis zum nächsten Mal.